Pro Jahr geben die Deutschen über 2 Mrd. Euro aus. Für was? Nahrungsergänzungsmittel, hätte ich nicht gedacht. Vitamine, Pflanzenpräparate, Mineralstoffe. Manche nehmen so viele Mineralien ein, die werden nicht vom Arzt behandelt, sondern vom Geologen. Man kommt rein und fragt sich, ist das eine Küche? Oder haben die eine eigene Drogerie? Das Angebot an Nahrungsergänzungsmitteln ist gigantisch. Seit der Corona-Krise boomt der Markt noch mehr. Seit Corona braucht man alles. Vitamin C, Zink, Vitamin B12, Vitamin D, Magnesium, Calcium, Kalium. Was man wirklich braucht bei Corona, Knoblauch. Aber nicht als Kapsel, sondern frisch, damit die Leute Abstand halten. Die Wirkung ist umstritten. Welcher Stoff fehlt meinem Körper gerade? Diese Frage hat man früher nie gestellt. Und wenn, dann war die beliebteste Antwort in Deutschland Eis, Bein und Bier. Heutzutage hat man Selenmangel. Oder hat man noch Selenmangel? Ich glaube, man hat noch. Oder ist das zu 2020? Ich weiß nicht. Auf jeden Fall hat man Angst, zu wenig zu haben von irgendwas. Und dadurch Angst vor schlimmen Krankheiten. Und diese Angst, die nutzt diese Industrie aus. Man braucht extra Magnesium für die Nerven und Calcium für die Knochen, Zink fürs Immunsystem, Vitamin B12 für Sportler und gestresste Managerinnen. Diese Nahrungsergänzungsmittel sollen ja gegen einen Mangel in der Ernährung wirken. Aber mal ehrlich, wenn man bei uns in Deutschland in einen Supermarkt geht, da gibt es von Obst, Gemüse, Smoothies bis Grillwurst, von Wasabi, Nüsschen bis vegane Koteletts und Erdbeerschokolade. Wirklich alles, was die Menschheit hervorbringt. Also wenn es eines in Deutschland nicht gibt, dann ein Mangel an abwechslungsreichen Lebensmitteln. Wie schafft man es überhaupt, einen Vitamin-C-Mangel zu haben? Nur wenn man beruflich mit Kolumbus neue Kontinente entdeckt und dabei auf See Skorbut entwickelt. Aber wer von uns hat schon so einen Job? Außerdem sind Nahrungsergänzungsmittel oft komplett überdosiert. Also hier haben wir zum Beispiel 150 Mikrogramm Vitamin B12 pro Tagesportion. Das entspricht dann 6000 Prozent der empfohlenen Bezugswerte. Wenn da 6000 Prozent steht, wieso kaufe ich das eigentlich? Das suggeriert natürlich, dass wir 6000 Prozent mehr hilft mehr und dass wir für das Geld auch mehr bekommen als bei Präparaten, wo nur 100 Prozent drin sind. Aber das Ding ist natürlich, dass wir eigentlich, wenn kein definitiver Mangel vorliegt, auch nur 100 Prozent brauchen. Ja, hundertprozentig gesund sein ist schön, aber 6000 prozentig gesund sein ist natürlich noch viel besser. Das suggeriert einem ja auch die Werbung für Nahrungsergänzungsmittel und die wird immer verrückter. Sie achten auf ausgewogene Ernährung mit Nahrungsergänzungsmitteln? Ja, Vitamin A, B, C, D, E, F, G dürfen bei mir am Morgen genauso wenig fehlen wie mittags die tausendfache Bedarfsmenge an Magnesium, Eisen und Zink. Einen Mangel habe ich nicht, ich möchte einfach nur gesund, fit und abwehrstark leben. Dann probieren Sie doch mal die Präparate von Normal Nature, zum Beispiel A-Pfell-Komplex. Schon die Einnahme von einem A-Pfell gibt Ihrem Körper wichtige Mineralstoffe. Wow! Die Dreifachformel aus Antioxidantien, Vitaminen und 85 Prozent H2O für den Hydration-Effekt verwöhnen Ihren Körper mit der Power von Normal Nature. Gibt es auch andere Farben? Das kalorienarme Präparat A-Pfell-Komplex kommt wahlweise in Rot, Gelb, Grün oder als Frühstücksset, ein Appel und ein Ei, kombiniert mit dem Eiweißpräparat Ovolum im Großkapselformat. Gibt es auch etwas für den Aufbau von Muskeln, Knochen und Zähnen? Normal Nature präsentiert das exotische und gut verdauliche Nahrungsergänzungsmittel Banane. Hilft auch gegen Durchfall und Verstopfung. Ja, das habe ich oft beides gleichzeitig. Und Serotonin für gute Laune ist da auch drin? Der Stimmungsaufheller Banane kommt in 100 Prozent umweltfreundlicher Verpackung und ist nur ein weiteres Produkt im großen Sortiment von Normal Nature. Toll, dass es diese Präparate gibt. Allein über die Ernährung würde ich diese wichtigen Inhaltsstoffe nie bekommen. Normal Nature. Für eine gesunde, ausgewogene Ernährung. Und dann, von der Stimmungsaufheller Banane die Dermatümmel ist für eine Sitzung aufgeführt. Ihr könnt mich nicht über die Entdeckung auf den Stimmungsaufheller Banane einigen. Aber das war auch ein manchen.